Raúl González Blanco, kurz Raúl, ist ein ehemaliger spanischer Fußballspieler. Der langjährige Kapitän und Rekordspieler von Real Madrid gewann dreimal die Champions League. Raúl galt als torgefährlicher, dribbelstarker, leichtfüßiger und sehr fairer Spieler, der auch auf dem linken oder rechten Flügel eingesetzt werden konnte. Vereinskarriere Als Jugendlicher spielte Raúl zuerst für San Cristobal de Los Angeles, ein Team des Madreder Stadtviertels, in dem seine Familie lebte. Im Alter von 13 Jahren wechselte er zu Atletico Madrid. Mit der U15 von Atletico Madrid wurde Raúl daraufhin Meister. Jedoch löste Präsident Jesus Gil aus Kostengründen die gesamte Nachwuchsabteilung auf. Daraufhin wechselte Raúl im Sommer 1992 zum Lokalrivalen Real Madrid, wo er für die U16, U18 und U19 spielte. 1994 wechselte er ins C-Team, wo ihm 13 Tore in den ersten sieben Spielen gelang. Real Madrid am 29. Oktober 1994 feierte Raúl mit 17 Jahren und vier Monaten unter Trainer Jorge Valdano sein Debüt in der Primär-A-Division und ging als jüngster Spieler Real Madrid in die Vereinsgeschichte ein. In Madrid wurde er bald zur Symbolfigur und zum legitimen Nachfolger Emilio Butraguenios, dessen Rücken Nummer 7 er übernahm. Raúl erzielte in seiner ersten Saison sieben Tore in 29 Spielen und wurde spanischer Meister. Er wuchs zum Schlüsselspieler mit erheblichem Anteil an Reals großen Erfolgen heran. Außerdem wurde er 1999 und 2001 Torschützenkönig der Primär-A-Division und erhielt diesen Titel auch 2000 und 2001 in der Champions League. Beim Weltpokalfinale in Tokio im Dezember 1998 erzielte Raúl gegen CR Vasco da Gama den Siegtreffer zum 2 zu 1 für Real Madrid. Dieser Treffer wurde mit der Zeit zu einem der bekanntesten Tore von Raúl und wurde Joel Del Aguanes getauft. Aktuell ist er mit 71 Treffern hinter Leine Messi und Cristiano Ronaldo der dritterfolgreichste Torschütze in der UEFA Champions League. Seit dem Abgang von Fernando Chiaero 2003 bis zu seinem Abschied 2010 war er Kapitän von Real Madrid. Real Madrid gewann zwischen 2003 und 2007 keine großen Titel und stand unter teils heftiger Kritik von Medien und Fans. Besonders Raúl wurde für das Formtief mitverantwortlich gemacht und war zeitweise nur als Ersatzspieler präsent. Für die Spielzeit 2006-07 wurde Fabio Capello als Trainer verpflichtet, unter dem Raúl zunächst einen Stammplatz erhielt. Zu Beginn der Saison 2007-08 präsentierte er sich unter Trainer Bernd Schuster wieder gut in Form. Sein Verein schloss die Hinserie als Tabellenerster mit bisher nie erreichten 47 Punkten ab und eroberte mit 85 Punkten überlegen den Meistertitel. Zudem Raúl mit 18 Toren und starken Leistungen maßgeblich beitrug. Nachdem Bernd Schuster Anfang Dezember 2008 entlassen worden war, erzielte Raúl beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Juan de Ramos zwei Treffer. Am 15. Februar 2009 schoss er beim 4 zu 0 Sieg über Sporting Chichon sein 308 Tor im Trikot der Königlichen und überbot somit die bisherige Vereinsbestmarke von Alfredo Di Stefano mit 307 Toren aus den Jahren 1953 bis 1964. Seit dem 12. April 2009 ist er nach Andonizu Bizarreta und Manuel Sashis-Hontiulo der dritte Spieler, der auf 300 Siege in der spanischen Liga zurückblicken kann. Nach der Saison 2007-08 wurde vom Verein bekannt gegeben, dass Raúls Trikot Nummer 7 nach Auslauf seines Vertrages nicht mehr an zukünftige Spieler vergeben werden sollte. Dies konnte allerdings nicht eingehalten werden, da die Statuten der Primär-A-Division keine Auslassung von Trikotnummern zulassen. Zur Saison 2010-11 erhielt Cristiano Ronaldo die Sieben. Zur Ehrung von Raúl wird sein Trikot im Museum von Real Madrid ausgestellt. In seiner letzten Spielzeit war er nach den Verpflichtungen von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Kaka nur noch Ersatzspieler. FC Schalke 04-2010 verabschiedete er sich aus Madrid und wechselte zum FC Schalke 04, der zur Saison 2010-11 bereits seinen Mannschaftskameraden Christoph Metzelder verpflichtet hatte. Dort erhielt er einen Zwei-Jahres-Vertrag. Sein erstes Spiel absolvierte er gegen den Hamburger SV beim Liga-Total Cup 2010 auf Schalke. Sein erstes Pflichtspiel für die Knappen bestritt Raúl am ersten Spieltag der Saison 2010-11 ebenfalls gegen den Hamburger SV. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er am 25. September 2010 beim 2-2-Unentschieden im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Seinen ersten Doppelpack für Schalke erzielte er in der Champions-League-Gruppenphase beim 3-1-Erfolg über Harpoel Telefon Aviv. Im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am 20. November 2010 erzielte er zum ersten Mal drei Treffer in einem Pflichtspiel für die Gelsenkirchener. Dies konnte er am 18. Dezember 2010 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln und am 17. Dezember 2011 wiederum gegen Werder Bremen wiederholen. Am 15. Februar 2011 stellte Raúl gegen den FC Valentia mit seinem 71. Tor in Vereinswettbewerben der UEFA einen neuen Rekord auf. Am 1. Dezember 2011 erzielte Raúl mit seinem 2-1-Siegtreffer gegen Stor Bukarest sein erstes Tor in der Europa League. Mit dem Gewinn des DFB-Pokals 2010-Elftel gewann Raúl zum ersten Mal in seiner Karriere einen nationalen Pokal. Raúls Tor zum zwischenzeitlichen 4-1 beim 5-1-Sieg über den 1. FC Köln am 2. Spieltag der Saison 2011-12 wurde im August 2011 zum Tor des Monats und später auch zum Tor des Jahres gewählt. Beim 4-0-Sieg über den 1. FC Nürnberg im November 2011 trug Raúl in Vertretung des verletzten Benedikt Höwedes erstmals die Kapitänsbinde in einem Spiel für Schalke. Raúl verlängerte seinen zum 30. Juni 2012 auslaufenden Vertrag nicht und verließ den Verein zum Saisonende. Nach seinem letzten Heimspiel gegen Hertha BSC wurde er am 28. April feierlich verabschiedet. Im Juni 2013 wurde Raúl durch die Jahreshauptversammlung in die Ehrenkabine des FC Schalke 04 aufgenommen. Am 27. Juli 2013 absolvierte er mit seinem neuen Verein Aless ADD Sport Club in Gelsenkirchen sein Abschiedsspiel von Schalke 04. Raúl spielte eine Halbzeit für jeden der beiden Vereine und erzielte mit dem zwischenzeitlichen 8-0 zusammen mit Julian Draxler das Tor des Monats Juli 2013. Das später auch noch zum Tor des Jahres 2013 gewählt wurde. Bei seiner Auswechslung übergab er seine Nummer 7 symbolisch an Max Meier. In der Sommerpause 2012 verpflichtete der Aless ADD Sport Club Raúl. In seiner ersten Saison gewann er am vorletzten Spieltag gleich die Meisterschaft in der Qatar Stars League. Für die Saison 2015 wechselte Raúl in die zweitklassige North American Soccer League zu New York Cosmos. Er gewann mit dem Club die Meisterschaft und trat nach dem Soccer Bowl genannten Endspiel, in dem er einen Treffer vorbereitet hatte. Vom aktiven Fußball zurück. Raúl erzielte für die spanische Nationalmannschaft 44 Tore in 102 Spielen, sowie in der Champions League 66 Tore in 132 Spielen für Real Madrid und 5 Tore in 12 Spielen für Schalke 04. Mit seinem Treffer am 28. September 2005 gegen Olympiacos Pireus schaffte er es als erster Spieler, die 50-Tore-Marke in der Champions League zu durchbrechen. Er überholte damit die Reallegende Alfredo Di Stefano. Bis November 2014 war er der beste Torschütze in der Geschichte des 1955 als Europapokal der Landesmeister eingeführten Wettbewerbs. Derzeit ist er Dritter der ewigen Torschützenliste. Außerdem war er mit insgesamt 77 Toren der erfolgreichste Torschütze in offiziellen Vereinswettbewerben der UEFA. Er ist mit 228 Ligatoren in 550 Spielen der viertbeste Torschütze der Primär A-Division und war mit 323 Pflichtspieltoren bis 2015 der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid. Am 15. Februar 2009 überholte er mit einem Doppelpack beim 4-0-Auswärtssieg gegen Chiron Alfredo Di Stefano, welcher bis zu diesem Tag 307 Pflichtspieltore erzielt hatte. Am 21. April 2007 absolvierte Raul beim Liga-Heimspiel gegen den FC Valentia sein 600. Pflichtspiel für die Königlichen. Mit 550 Spielen bestritte in der Primär A-Division die zweitmeisten Spiele. Am 19. Februar 2012 gelang Raul beim 4-0 des FC Schalke gegen den VfL Wolfsburg sein 400. Pflichtspieltreffer. Er war weltweit der 18. Spieler, dem bei drei verschiedenen Weltmeisterschaftsentrunden jeweils mindestens ein Treffer gelang. Raul gelangen mit Madrid und Schalke 79 Siege in der UEFA Champions League. Damit war er Rekordhalter, bevor der Wert von seinem Lanzmann Javi am 6. November 2013 auf 80 Siege gesteigert wurde. Nationalmannschaft Raul stand im Aufgebot der Spanier für die Olympischen Spiele 1996, bei denen er jedoch mit seiner Mannschaft im Viertelfinale ausschied. Zwei Jahre nach seinem ersten Ligaspiel für Real Madrid feierte er im Oktober 1996 gegen Tschechien sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft. Raul erzielte seitdem in 102 Spielen 44 Tore und ist damit nach David Villa bester Torschütze in Spaniens Geschichte. Raul erzielte zwei Jubiläumstor für Spanien. Das 800. am 27. März 1999 beim 9 zu 0 gegen Österreich und das 900. am 7. September 2002 beim 2 zu 0 gegen Griechenland. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino am 12. Oktober 2005 lüste er Fernando Hierro, von dem er bereits 2002 die Kapitänsbinde übernommen hatte, als Feldspieler mit den meisten Länderspielen ab. In den Jahren nach 2003 saß er im National Team zeitweise auf der Ersatzbank. Es folgte die enttäuschende Europameisterschaft 2004 und eine ansehnliche, aber letztlich ebenfalls unbefriedigende Weltmeisterschaft 2006. Für das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft 2008 am 7. Oktober 2006 in Schweden wurde er erstmals seit zehn Jahren nicht in die spanische Auswahl berufen und seither nicht wieder aufgeboten. Trainer Luis Aragones betonte jedoch, Raul sei nicht endgültig aus der Nationalelf-Verband. Allerdings nominierte ihn dieser trotz 18 Saisontoren auch nicht für die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Auch unter dessen Nachfolger Vicente Del Bosque gehörte er nicht mehr zum Kader der spanischen Nationalmannschaft. Mit seinen 102 Länderspielen hat Raul nach Ica Casillas, Javi, Andonizu, Bizarreta, Sergio Ramos, Xabi, Alonso und Fernando Torres die sieben meisten Einsätze. Erfolge und Auszeichnungen mit Real Madrid Spanische Meisterschaft Spanischer Super Cup UEFA Champions League Weltpokal UEFA Super Cup 2002. mit dem FC Schalke 04 DFB Pokal DFL Super Cup 2011. mit dem ALSADD Sport Club Katarische Meisterschaft Immer of Katar Cup 2013 14. mit New York Cosmos North American Soccer League Soccer Bowl 2015 Spring Championship 2015 Usnam Cup Auszeichnungen bester spanischer Spieler der Primär-A-Division Don Ballon El Pais 1.995 96. 1.996 97. 1.998 99. 1.999 2000. 2001 Spaniens Sportler des Jahres Bester Spieler der Primär-A-Division Zweite Platz bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres Dritte Platz bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres UEFA Club Stürmer des Jahres Torschützenkönig Primär-A-Division Bester spanischer Torschütze der Primär-A-Division Bronzener Schuh der UEFA Welttorjäger UEFA Champions League 1.999 2.000 2001 Tor des Monats August 2011 März 2012 April 2012 Juli 2013 Tor des Jahres 2011 2013 2013 Aufnahme in die Schalker Ehrenkabine Persönliches Raul wurde im Stadtbezirk Villa Verde im Süden Madrid geboren und wuchs dort im Viertel Colonia Marconi auf Einer für Mitarbeiter der Firma Marconi errichteten Siedlung Sein erster Verein war CD San Cristobal de Los Angeles ebenfalls in Villa Verde beheimatet Sein Vater Petro war ein Fan von Atletico Madrid wo sein Sohn auch seine Karriere begann Raul ist seit dem 30. Juni 1999 mit dem spanischen Model Mammensanz verheiratet und Vater von vier Söhnen und einer Tochter Siehe auch Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen Ronald moln Räume Liste der Fußballspieler mit Konrad Sälen Wir Golfspielern Sälen